Vergesst nicht stehen. Von Anfang an ein bisschen motiviert galoppieren, der muss ein bisschen frischer werden. Immer mit der Hand, nett sein, ein bisschen mitgehen, dass der nicht so abbringt in der Mitte. Aber nicht wegschmeißen die Hand. Schön Kontakt behalten, dran galoppieren und ein bisschen mit der Hand mitgehen. Alles ein bisschen nicht zu schwer sitzen. Mach es immer ein bisschen leichter. Gut. Gut so. Zwischendurch ruhig einmal ein bisschen leichten Sitz gehen. Bleibt wieder normal sitzen. Super, jawoll. Angst, wollen wir wieder warten, aber zwischendurch gut galoppieren. Super, ja. Genau. Gut so. Bauer. Du weißt schon, wie die Stammenschwerer sind? Ja. Okay, gut. Gut, gut. Nein. Ich habe das nicht. Glockenzeichen.